Hallo und herzlich willkommen zurück bei dieser tolle HIPPO-Aufgabe. Und dann eins, zwei, drei, vier... Jetzt ist es da. Jetzt ist es gut, vielleicht... Nein, nicht ganz. Ich habe einen Fall verloren. Ähm... Aber fast. Nice. So geht es. Go, go, go. Bam! Und jetzt habe ich keine Ahnung, was bombt so viele Fischler. Ach nee, es geht auch weiter. Okay. Okay. Äh... Fünf, sechs... Ja, gut. Oder sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut. Weiter geht's. Okay. 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 Das heißt... Ähm... Okay. Das heißt... Ähm... Wie ist der? Äh... Äh... Eins, zwei, drei, vier, fünf sechs. Äh... 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Wohle zweimal drauf Ne, schade ihn doch trotzdem zweimal Wohle ich vielleicht schade ich es Aber selbst wenn, selbst wenn zu hoch sterbe ich ja 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ist wieder so hoch Oh man ey 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Schack off Geht es nicht we're im in the Deine Ahnung .... Deine Ahnung.... Deine Ahnung.... ...zwei , eins , zwei , drei , vier , vier Ok, dannс越ai dich bei drei Ansp realms Eins , Zwei , drei 1, 2, 3 Ha! Ha! Boom! Awesome! So, was jetzt? Oder bin ich jetzt ganz tot? Hm... Ich kann mich nicht bewegen. Wir warten ab. Das schaut irgendwie furchtbar ätzend nach der Anfangssequenz aus. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ich bin nicht verarschen. Ich bin nicht verarschen. Ich bin nicht verarschen. Also wenn das jetzt wirklich der Fall ist, dass das wieder der Anfang ist, dann kriege ich glaube ich einen Streitanfall. Also ernsthaft. Ach Gott sei Dank, also jetzt kann man nur hoffen, dass das nicht wieder irgendein Gehirnwurm ist oder so. Was ist das für ein Scheißende? Also ernsthaft, was ist das für ein Scheißende? Das fährt dann jetzt einfach auf. Super. Gut gemacht. Also einzig ein gutes Spiel. Aber beim Ende hätte man sich dann doch schon irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Also das ist jetzt irgendwie mäßig befriedigend. Da fühlt man sich als Gamer schon ein bisschen verarscht. Ja. Na ja, gut. Äh, I don't care. Wir haben es durch. Sag ich zuerst, schön dank fürs Zuschauen. Jetzt wisst ihr, wie der Limbo nicht spielt. Juhu.